Moin, beim Los 4, für die Schützen, die 9 bis 10 mal treffen, was dann ausgelost wird, ist hier genauso leer wie bei Platz 5, weil das wird erst noch gebaut. Ihr könnt mit dem Los Nummer 4 ein exklusives Custom Kydex Holster von der Firma Gearmaniacs gewinnen. Die bauen Custom Holster, explizit für eure Waffe. Entweder haben die die schon im Pool und dann könnt ihr sagen, ich möchte das Holster in Farbe X, Y, Schräubchen hier, Schräubchen da. Ein komplett individuelles Custom Kydex Holster von der Firma Gearmaniacs. Finde ich super. Die wollten uns letztes Jahr schon unterstützen bei einem Event. Der ist dann aber ausgefallen wegen Corona. Umso toller finde ich es, dass sie die Zeit haben und dass sie bei der Sache mitmachen und gesagt haben, komm gerne, schick dir so ein Holster. Sie schicken es ja nicht zu uns. Wenn ihr das losgewinnt, dann stellt ihr direkt den Kontakt her mit Gearmaniacs und sagt denen, was ihr haben wollt. So ein Holster hat einen Wert von über 100 Euro. Finden wir toll, dass die Firma mitmacht. Vielen Dank, Gearmaniacs.